Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Lava rein renne. Mach doch da ein Slap drauf oder so. Das müsste ja funktionieren, wenn du ein Stone Slap da irgendwo hin machst. Ja, aber ich muss da mal wieder Lava reinfüllen. Ach so. Irgendwär das ein bisschen Arsch. Great Wood. Kann ich die Sender unter noch klicken? Tja, ich bin fast wieder zu Hause. Komm, ich tu das da hin. Kann ich auch, dankeschön. Jaaa. Centus, gleich bin ich wieder bei dir. Jaaa. Nee. Okay, dann geh ich. Tschüss, ich hab die Dinger auf für SME. Jaaa. Wir haben anscheinend nur noch 400 Blöcke oder so. Laut Ding. Geht gar nicht. Was haben wir? Okay, ich guck nicht auf die Uhr nochmal. Dann muss ich die halt weglassen. Boah. Ding ist fast verbrannt. Gut, dass ich Magnetern hab. Also besser so. Bei Lava Sachen oder so überall Abhänger mach ich mit Magnetern. Oder ich muss das Zeug wieder schnell einsammeln. Kennerspielchen hier. Hier unsere Bergungsfraktion. Da war der Magnet notwendig. Warte mal, ist das hier Industrialwaba? Oh, das ist ein Industrialwaba. Hab ich den auch noch mit? Was sieht denn hier? Irgendwas im Beutel was weg kann. Ja, hier. Ah, das ist ein Seed. Sauber. Den Seed nehme ich mit erstmal. Sonne ist unwichtig, das Holz. Auch schon wieder in so ein Scheißloch gefallen, ey. Oh. Na ja, ich hab ne Portalgun. Äh, wo sind denn die Markierungen? Da. Da. Da runter muss ich. Der ganze Rucksack ist voll. Ich hätte mir doch den zweiten mitnehmen sollen. Aua. Hi Zombie. Zwei Bogenschützen haben hier. Schau dich mit der Axt kaputt. Oh, kleine Hunde. So. Dann hol ich mal meinen Mana Sauger. Es gab Nudel. Was, du bist ne Nudel? Hallo. Hallo. Jetzt muss ja mal was los werden hier. Eieieiei. Was für eine geile Tour. Muss ich sagen. Das sind meine beiden Todespunkte. Dazu muss ich gleich mal alles hier durchchecken. Wie voll alles ist hier. Wer nervt Zombies. Fick doch. Ja, ich geh schon pennen. Wupp. So, pennen gehen. Pen, 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 pen gehen. Wusch, 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 wusch. Noch ne Mülltrue, noch ne Mülltrue. Noch ne Mülltrue. Noch ne Mülltrue. Okay, Erze, Erze. Erst mal das reinwerfen und alles loswerden. Ja. Ja. Noch ne. Noch ne. Gar kein Mana drin. Die Coinbeutel, Sulfur, Enderperlen. Das war nicht mehr für Zeug drin. Das ist unglaublich. Gold. Und eine Blut. Da machen wir noch mal was früher. So. Was ist jetzt für dich? Das ist für dich. Witch. Wie kannst du auch haben. Hier die Witch. Wie Hand. Sonst. Sonst hab ich nichts mehr für dich. Ach, das sind Living Wood Plants. Living Wood Plants. Ah, bin ich froh, dass ich wieder hier bin. So, wo hast du denn? Witchery, Witchery, da. Witchery, Witchery. Wo willst du dieses Mana-Stil-Dinger haben? Da brutalen Zeugs. Zwei Stücke. So, komm. So. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Ich hab wieder nichts zu saufen, ne? Okay. So, jetzt alles schauen, was ich fürs ME brauche. ME, 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 ME. Oh, ne, das schwirr nicht. Oh, ich hab mehrere Kopien. Jawohl, das ist auf jeden Fall sicher. Für unsere kleinen Kinder. Ja. Das ist kindersicher jetzt. Bei einem hab ich vier Sorten, bei dem anderen hab ich drei. Sag mich. Oh. Skystone. Geh mal wieder ab. Erstmal. Ich hab noch Skystone hier. Ja. Ach, die Beutelschirme wollte ich noch öffnen. Stimmt ja. Den. Und den. Oh. Einen verzauberten Helm. Oh. Hab ich bekommen. Diamanten hab ich bekommen. Gold Nuggets. Einen Potion auf dem Wild. Okay. Unsicherheit. Ein Fragment und ein Gold. Und eine Enderperle. Das ist doch nett von den kleinen Kindern. Ne. Falscher. So. Schauen wir erstmal was unsere Produktion dahinten macht. Oh. Bist du da für nen Tannenbaum geworden? Ach so. Die Kiste ist voll. Das ist ja natürlich eine Sache. Kann man dich jetzt nicht abwenden oder was? Oder dann erntet man dich ab? Ach. Du, wir sind abgeerntet. Sauber. Schauen wir mal was unsere. Okay. Ich frag gar nicht warum die Produktion hier so ist. Ich schließe da gleich mal noch paar Barrels an. Ich will mal hoffen, dass das mit dem Wababoot auch geht. Dann wäre das nämlich geil. Da hab ich noch. Chests. Ah. Hab ich noch Chests. So ne. Okay. Mit dem Wababoot geht das nicht. Warum will ich den Labertank? Hast du doch. Oder hast du nicht gemacht? Nee. Ja mach doch. Ich will doch nicht ohne Obsidian. Hey wir haben doch Obsidian hier. Wow. Ich hab nichts gefunden. Ich hab da auch noch Feuer was verbraucht. Ich hab mir doch Obsidian hingeballert. Äh. Ich hab auch nichts mehr. Lol. Ich weiß dass wir auf jeden Fall ob sie dann hatten. Ja. Ich bin der Meinung wie der von der was weggeballert hat. Alles nicht. Block of Coal. Oder ist wohl pul-r-risiert. Oh, das Lackbellt. Das wäre auch voll okay. Okay. Jetzt erstmal hier die Produktion einmal umschwenken. Geht mal alle darüber. Dann warte ich mal einen kurzen Moment. Oh, das fühlt sich halt doch extrem gut. Ja. Mhm. So. Schauts hinten aus. Und zwar. Muss hier alles Kisten auch unbedingt sortieren. Und hier alles Kiste. Das hat er noch unten aufgestellt. Achso. Fleisch in Splice. So. Mal schauen wenn der Barrel voll ist. Ja. Ich will jetzt eigentlich weg vom Barrel hier. Ich muss nämlich einmal zur Query oben hin. Vielleicht kann man das da überfüllt es jetzt mittlerweile. Mhm. Wohl. Ja.